Ah, Jens, du hier. Ja, schön, bei dir. Wie läuft's? Fett bist du hier worden? Ja, ich weiß. Und genau aus diesem Grunde habe ich auch etwas an mir dran, was vielleicht gar nicht so auffällt, oder? Du meinst das Jawbone Up 2. Ja, und damit willkommen zu einem Test des Jawbone Up 2. Das ist inzwischen ein neues Modell, beziehungsweise ein weiterer Nachfolger der Jawbone Fitness Tracker Familie, noch vor dem Dreier, der bald rauskommen soll. Und das ist der Nachfolger vom Jawbone 24. Der war ein bisschen spädiger, ein bisschen größer, ein bisschen dicker. Und das Ding wird einfach ein bisschen graziler in der Hand. Ja, wobei das 24 war auch schon kabellos. Da fragt man sich wohl, was kann man hier noch alles groß verändern? Rein technisch. Revolution, Evolution, das werden wir mit euch gemeinsam heute mal herausfinden. Optisch orientiert sich das Jawbone Up eher an den Vorgänger. Es ist ein bisschen dünner, ein bisschen schmaler geworden, hat aber die gleiche Technik verarbeitet. Im Endeffekt ist es ein kleiner, dünner Gummireifen mit einem Touch-Feld und einem sehr, sehr friemeligen Schließmechanismus. Also Touchpad. Das bedeutet übrigens, über die Touch-Funktion kann man eben Jawbone Fitness Tracker typisch zwischen Schlaf- und Aktivitätsmodus hin- und herschalten. Die blaue LED für den Schlafmodus und die rote für den Aktivitätsmodus. Die Akkulaufzeit liegt je nach Nutzung bei sieben bis zehn Tagen. Der Jawbone Up 2 ist innerhalb von anderthalb Stunden voll aufgeladen und der proprietäre Anschluss lässt sich leider nur auf einer Seite anstecken. Eine beiseitige Lösung wäre da eigentlich schon noch wünschenswert. Ach, irgendwas ist ja immer. Ja. Das Jawbone Up ist spritzwassergeschützt. Ihr dürft damit also gerne unter die Dusche, aber nicht in die Badewanne und den Sprung in die Elbe. Den würde ich dir auch nicht empfehlen, Alex. Ob du jetzt unter der Dusche warst oder ein bisschen schneller laufen konntest, deine Kalorien musst du auf jeden Fall irgendwie wieder auffüllen. Ja, da bietet sich so ein Eis natürlich super an. Aber damit man weiß, wie viele Kalorien man zu sich nehmen muss bzw. verbrannt hat, funktioniert ein Fitness-Tracker natürlich nicht ohne App. Und die App gibt es für iOS bzw. auch für Android, die Jawbone App. Aber nicht zu verwechseln mit der alten Jawbone App, die genauso heißt, auch Up. Das heißt, wir müssen beim Download schon mal gucken, welche App ihr im Detail da herunterlädt. Wir haben nämlich zwei unterschiedliche Farben. Die App ist besonders deswegen interessant, weil die Community von Jawbone sehr, sehr aktiv ist und die ganzen Leute auch richtig viel tun. Ganz genau, richtig. Und apropos Community. Das heißt, wenn ihr euer Workout gerade erledigt habt, könnt ihr auch euren Freunden zeigen, wie lange ihr gerade gelaufen seid bzw. welche Wegstrecke ihr mittlerweile geschafft habt. Und im gleichen Zuge auch sagen, schaut mal, liebe Leute, ich esse gerade folgendes Eis, damit ich nicht vom Fleisch falle. Und ergötze mich gerade dazu in der Sonne und entspanne. Wir machen jetzt mal ein Foto. Ja, sicher natürlich. Das ist nämlich ein Vorteil dieser App, dass man eben all die Aktivitäten, tatsächlich all die Aktivitäten, die man eben mit seinem Körper da veranstaltet, im positiven oder auch negativen Sinne, loggen kann, mit der Community teilen kann und im Nachhinein nachvollziehen kann, was man da überhaupt so verzappt hat oder Gutes getan hat für seinen Körper. Schöne Sache. Absolut. Du hast übrigens eine E-Mail. Oh, danke. Ganz sportlich muss ich mich jetzt schon verabschieden, denn die GDL streikt ja und ich muss meinen Zug bekommen. Bitteschön, viel Spaß beim Fazit und noch so weiter. Bis bald. Tschüss. Aber, na gut. Insgesamt lässt sich sagen, der App 2 von Jawbone ist definitiv ein solider Nachfolger der bisherigen bekannten Fitness-Tracker-Reihe von Jawbone. Unserer Meinung nach wird es spannend, beziehungsweise können wir es auch nicht mehr wirklich abwarten, bis es denn offiziell ab Mitte 2015 auch bei uns endlich in den Läden verfügbar sein wird. Und bis dahin heißt es also, fleißig mal die richtige App herunterladen und warm machen, damit die Trainings mit dem Jawbone auch nicht zu schmerzhaft werden, im blödsten Falle. Wenn ihr euch noch mehr Fitness-Tracker, beziehungsweise Fitness-Gadgets euch anschauen wollt, haben wir auch noch ein paar Tests hier unten verlinkt. Zum Beispiel auch die Powerbeats 2 von Beats, die haben wir ja das letzte Mal angetestet. Und für mehr Gehirnschmalz nicht vergessen, unsere Turn-on-News auszuchecken. Ansonsten Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Social-Media-Plattform besuchen und für noch mehr Infos und Videos zum Thema Technik Turn-on-News-On-TV suchen. Und ich bin mal gucken, ob ich jetzt einen hole und ihn dann auf der Teamliste Platte einschlagen kann. Und los.